Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht weptastisch. Heute geht es um eine Kampfansage von Bushido. In den letzten Tagen waren alle Augen auf das Umfeld von EGJ-Chef Bushido gerichtet. Von Bushido selbst gab es hingegen kaum ein Lebenszeichen von einem Statement ganz zu schweigen. Vor wenigen Minuten hat er sein Schweigen jedoch gebrochen und liefert die erste Kampfansage. Die offizielle Instagram-Seite von Bushidos, er ist guter Junge, postet folgenden Textausschnitt aus dem Song Zeit, der auf Bushidos letztem Album Mythos platziert war. Das B steht für keine Gnade für euch Bastarde, der Weg ist steinig, doch ich geh solange ich Kraft habe. Yeah, mit der Glocke in den Shop, ich hab Bilder im Kopf, Sonny Vincent van Gogh. Interessant dabei ist der Anfang des Zitats. Im Originalsong heißt es lediglich keine Gnade für euch Bastarde. Von seinem B hingegen war nicht die Rede. Damit reagiert der Berliner auf eine Punchline von Flair, in der es heißt, dass sein B für V-Mann steht. Dies greifen auch andere Rapper wie Sinan G auf. Bushido selbst hat den Post des Instagram-Accounts ebenfalls geliked, womit die Echtheit verifiziert sein dürfte. In den Kommentaren wird ebenfalls ein wenig auf die V-Mann-Vorwürfe gegen den EGJ-Chef eingegangen. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.